Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu die Säulen der Erde, Buch 3, Kapitel 15. Wir haben Jack nun endlich gefunden und sind bereit nach England zurückzukehren. Die Innere der Kiste hat sie warm gehalten, das Holz ist leicht feucht. Chaos. Ich schaffe es nicht, diese Leute zu beruhigen. Bei Gott, ich hab's versucht. Was ist geschehen? Der Spielmann hat ihnen ein paar Geschichten erzählt. Und dann hat er ihnen Amulette verkauft für Gesundheit, Glück und Geld. Aber es waren nur Märchen und bemalte Steine. Wie immer. Ja, aber jetzt könnte ich sowas wie ein echtes Wunder brauchen, um sie zu beruhigen. Sonst werden sie den armen Kerl zerreißen. Das lässt sich doch regeln. Äh, wir können sie benutzen. Für die Menge? Das heißt, ich brauch Schatten, aber wie? Kühle Stelle. Ja, jetzt können wir das hier. Genau. Wegen eures Verhaltens. Weil wir auf das Schiff müssen. Weil wir auf das Schiff müssen. Wegen eures Verhaltens. Sie weint um eure Sünden. Was hat dieser Mann euch getan, dass ihr ihn wie ein Tier behandelt? Er hat uns betrogen und unser Geld gestohlen. Und ihr wollt ihn töten? Eure eigene Torheit wegen? Die heilige Maria weint. Denn ihr lebt nicht nach dem Wort Gottes. Es ist die Mutter Gottes. Heilige Maria, vergib uns. Woher kommt sie nur? Woher kommt sie nur? Erzähl eine Geschichte. Seit hunderten von Jahren schmachtete sie im Land der Sarazene. Schlummernd wartete sie darauf, dass jemand sie heimführen wird. Hört, was er zu sagen hat. Die Jungfrau Maria hat diese junge Familie erwählt, sie zu beschützen. Sagt uns, wohin ihr geht. Der Priester macht auch noch mit. Sie liegt jenseits des Meeres, in einer kleinen Stadt namens Kingsbridge. Dort will sie Ruhe finden. Kingsbridge? Wo ist das? Ave Maria! Macht Platz für die Jungfrau Maria! Halleluja! Macht Robert gesund! Hä? Heilige Maria, lass meine Tochter schwanger werden! Gib uns eine gute Ernte! Sie spenden, um ihren Segen zu erbitten. Oh, die weinende Madonna wird eure Gebete erhören. Und mit euren Spenden werde, werde ich, ich werde hier einen neuen Schrein in Kingsbridge erbauen. Eine Kathedrale! Herr! Du, du bist es! Hä? Wen meint ihr? Dich, den rothaarigen Geist! Ich? Sehe ich einfach aus wie ein Geist? Was? Mein Ehemann ist sehr lebendig. Ich kenne ihn seit er zwölfer. Aber er ist ertrunken. Bei Gott, du bist ertrunken. Vor 24 Jahren. Auf dem weißen Schiff. Was? Mein armer, armer Sohn. Mein Jacques. Sein Name war... Jacques? Jacques. Ach, Schabuhr. Jacques. Schäbe. Seine Großmutter. Er hat seine Großmutter gefunden. Nein! Warte mal. Dann hat sein Vater die Überfahrt ja überlebt. Alle anderen sind doch eigentlich... Das ist ja interessant. Alle anderen sind doch eigentlich umgekommen. Außer dieser Stefan, der vorher runtergegangen ist vom Schiff. Dann hat der Vater das auch überlebt. Krass. Okay. Was haben wir getan? Auf der Reise in die Normandie hat sich ein Gefühl von Aufregung überkommen. Du hast auf die Kutschfahrerin gehört und bist in eine Sackgasse in Barfleur gelaufen. Du und dein Baby seid krank geworden, aber ihr habt geschafft zu überleben. Du hast einen anderen Pilger auf dem Jakobsweg beigestanden. Du hast dich in Rashids geheimes Archiv geschlichen. Du hast Jacks Steinschleuder von Rashid gestohlen. Rashid. Äh, du hast Jack in Paris gefunden. Du hast dich dazu entschlossen, nach Kingsbridge zurückzukehren. Du hast einen Spielmann vor einem Lynch-Mob gerettet. Du hast Jacks Großmutter getroffen und etwas über das Schicksal seines Vaters erfahren. So, und ich muss jetzt nicht Schluss machen. Denn ich hab grad gesehen, ich hab ja gerade erst angefangen. Also müsst ihr jetzt einmal kurz was mitkriegen, dass ich mir hier was zu trinken einschütte. So, ich will nämlich nicht jetzt schon wieder Schluss machen deswegen. Und wir akzeptieren und sind dann jetzt bei Kapitel 16. Zu Hause. Kingsbridge. Ich sag, mit dieser Madonna ist gar keine so schlechte Idee. Das würde Leute anziehen und die würden Geld spenden. So könnte man den Bau der Kirche finanzieren. Also der Kathedrale. Aber keine Kräuter oder Wurzeln. Und gleichzeitig, ähm, ne? Hätte man viele Leute, die auch kommen. Also das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oh. Was siehst du da, Jonathan? Der Garten ist unordentlich. Ich will ihn wieder ordentlich machen. Aber ich weiß nicht wie. Bevor ich Prior wurde, dachte ich dasselbe über Kingsbridge. Und was hast du getan? Sauber gemacht. Wo fangen wir an? Hm. Unkraut zu dem Schlag vor dem Boden, um zu graben, schlage vor, Saatgut zu bestreuen. Erstmal Unkraut jäten. Einige Pflanzen sind Unkraut und müssen weg, bevor wir neue säen können. Was ist Unkraut? Es nimmt anderen Pflanzen weg, was sie zum Wachsen brauchen. Licht, Wasser, Platz. Und was machen wir jetzt? Sie ausreißen. Sie sehen aus wie alle anderen Pflanzen. Daher musst du lernen, wie man sie unterscheidet. Hier. Siehst du die? Die werden Sauerklee genannt. Lass uns erst die ausreißen. Ich mach das. Wenn du willst. Gib acht, dass du alle dünnen Wurzeln mit rausziehst. Und was machen wir jetzt? Schlage vor, den Boden umzugraben. Damit Pflanzen sich gut verwurzeln können, muss der Boden locker und fruchtbar sein. Dann darf ich jetzt graben? Fertig. Und weiter? Mein Gott, muss man dem Kind denn alles sagen? So, Schlage vor, Saatgut zu verstreuen, äh, zu streuen. Du bleibst hier. Ich komme gleich wieder. Wo hast du sie versteckt? Ah, da sind sie. Du hast immer gesagt, du wolltest diese Samen aussäen und einen neuen Garten anlegen, Milius. Stimmt. Ich denke, die Zeit ist reif. Oh. Half-Bird und Milius. Oh. Was hast du gefunden? Erinnerst du dich an, Milius? Ein freundlicher Mann mit einem gütigen Lächeln. Er hat mir gesagt, ich soll dir das geben. Wow. Jetzt müssen wir nur noch warten. Warten. Und bewässern? Äh, wie lange? Zu lange, um dabei zusehen zu können. So lange? Manche Dinge brauchen Zeit. Und nur mit Geduld wirst du deine Belohnung erhalten. Warum machen wir das alles, wenn wir dann bloß warten müssen? Einfach nur warten reicht nicht, Jonathan. Du hast den Weg bereitet, damit die Dinge ihren Lauf nehmen können. Sie geschehen in diesem Augenblick. Und in ein paar Tagen werden wir wiederkommen und das erste grüne Blatt von etwas Neuem sehen. Oh. Ist das Gottes Belohnung? Hm, vielleicht. Macht er das Blatt von der Pflanze? Du hast es gemacht. Nein, ich habe nur den Samen gesät. Hm. Jetzt kannst du Wasser aus dem Regenfass holen. Aber es ist schon lange da drin. Es stinkt. Im Fluss gibt es ganz viele Bäume. Ich wette, das Wasser da ist besser. Das ist aber ein langer Weg. Das macht nichts. Ich laufe gerne, wenn das was bringt. Vielleicht hast du recht. Es ist es wert. Lass uns zusammen gehen. Aber ich trage den Eimer. Ja, bitte. Wenn du willst, streite ich mich nicht drum. Kingsbridge später am selben Tag. Warum hält Remigius nicht die Predigt? Weil er bescheuert ist. Was ist in Philipp gefahren? Das sieht auch gut aus für eine Kirche. Unsere Kirche ist eine Ruine. Aber dies alles, diese schlimmen Zeiten, haben uns etwas Wichtiges gezeigt. Etwas, dessen ich mir bis vor kurzem nicht bewusst war. Was meinst du? Behaupte, dass Gott nicht über sie wacht. Behaupte, sie brauchen keine Kirche. Ich mache das so. Das ist witzig. Gott schaut nicht von oben auf uns. Während ihr und ich darauf warteten, dass Gott die Dinge besser macht, ist eine Menge geschehen. Ungemach. Und Glück. Gestern hörte ich den Chor ein neues Lied singen. Und war zutiefst gerührt. Heute hat Jonathan unseren Garten gejätet, um ihn wieder schön zu machen. Und er hat mir von Dingen erzählt, die ich fast vergessen hatte. Gott wirkt auf andere Weise, als wir glauben. All das Gute und das Böse, von dem die Bibel erzählt, ist nicht dort draußen oder hier drinnen. Es ist in jedem von uns. Glaubt, dass der Mensch der Teufel sei. Wir haben erlebt, dass der Mensch den Teufel im Herzen trägt. Aber noch bevor er von einem Menschen Besitz ergreift, ist Gott in uns geboren, da wir nach seinem Bild geschaffen sind. Das Gebet braucht keinen besonderen Ort. Denn wir sind Gottes Kirche. Er existiert in unserem Handeln. Wir sind Gottes Tempel. Niemand ist Gott näher als irgendeiner seiner Mitmenschen. Ob man in der Kirche betet oder auf den Straßen der Städte. Ob man Mann oder Frau, Mönch oder Bischof ist. Philipp, da draußen! Du musst sie dir ansehen. Ihre Pferde und die Farben. Hör ihm. Nein, wir müssen ihm zuhören. Er hat da was gesagt, was wichtig ist. Also, was ist los? Ich, ähm, ich hab Stimmen gehört. Also bin ich hingegangen und... Beruhige dich. Was ist passiert? Aber der Priester sagte, sie hätten ein Wunder mitgebracht. Was? Wer? Welcher Priester? Ja, diese Morde. Kommt dabei, Brüder und Schwestern. Denn ihr werdet etwas sehen, das euer Leben verändern wird. Wer ist das? Sie haben uns ein Wunder gebracht. Ein Wunder? Nur keine Hemmungen. Es gibt keine Gefahr. Nur Staunen. Haben die die Pferde als Kamele verkleidet? Ah, du musst Prior Philipp sein. Ach, das sind sie doch. Ich bin Bruder Renard. Der Erzbischof von Canterbury hat mich gesandt. Hier ist sein Brief. Für den Fall, dass du an meinen Worten zweifelst. Das sind sie doch beide, Aljena und Jack. Brief vom 20. Januar 1141. Philipp von Kingsbridge. Ich halte euch hiermit an, die Gnade der weinen Madonna zu akzeptieren, da sie es ist, die Kingsbridge als ihre Ruhestätte erwählt hat. Das zieht die Leute an. Die kriegen wieder Geld. Und dann kann man die Kirche weiterbauen. Als ich die Gerüchte um ein Wunder gehört hatte, rief ich die Prozession zu mir. Dann sah ich es mit eigenen Augen. Es ist wahr, ich habe das Wunder für England beansprucht und hatte angesetzt, sie in Winchester zu behalten. Die Hüter der heiligen Jungfrau haben mich jedoch von etwas anderem überzeugt. Sie sind einzig und allein nach England gekommen, um den Wiederaufbau von Kingsbridge zu ermöglichen. Ihr habt meinen Segen, Philipp von Kingsbridge. Ich erwarte, dass ihr eure Priorei der heiligen Madonna würdig erneuern werdet. Theobald, Erzbischof von Canterbury. Wir haben den Auftrag, die weinende Madonna zu begleiten. Sie soll den Verlust eurer Reliquie ersetzen von St. Adolfus, dem Märtyrer, der euch gewaltsam geraubt wurde. Was? Auf ihrer Reise vom fernen Afrika hat sie Spenden gesammelt, um Kingsbridge für seinen Glauben an sie und an Gott zu belohnen. Ich kann das nicht glauben. Was soll das alles? Du wirst glauben. Deshalb ist sie gekommen und deshalb sollst du ihr Wunder heute selbst bezeugen. Die haben die Pferde echt als Kamele verkleidet. Die weinende Madonna kam in einem fernen Land namens Afrika zu mir. Ein getaufter Sarazene war ihr früherer Hüter. Aus welchem Land seid ihr noch gleich gekommen? Wir sind den ganzen Weg aus einem Land unbeschreiblicher Wunder gekommen. Dem fernen Afrika. Afrika hat viele Länder, wie ich gehört habe. Ja, so ist es. Ich kannte weder ihre Kräfte noch ihr Ziel. Dennoch habe ich sie viele Meilen getragen. Frage nicht nach Einzelheiten. Haben ihr Wunder bezeugt, bevor mir die Erleuchtung kam. Wenn das, was ihr uns mitgebracht habt, aus solch einem wunderbaren Land kommt, muss es sehr beeindruckend sein. In der Tat. Bald wirst auch du das Wunder der heiligen Madonna erleben. Aber ich fragte mich, welcher Schrein soll sie beherbergen? Diesmal gab die Madonna selbst Antwort auf meine Fragen. Sie sagte, du sollst mir in Kingsbridge eine neue Kirche bauen. So zogen wir los mit dem Segen von Erzbischof Theoborn von Canterbury. Und auf dem ganzen Weg von Paris durch die Normandie übers Meer und bis nach Kingsbridge haben fromme Christen Geld für den Bau der Kirche der weinenden Madonna gespendet. Ähm, Verzeihung. Unterbrecht sie nicht. Die weinende Madonna hat euch auserwählt. Hey. Pssst. Ihr habt richtig gehört. Es war eine lange Reise. Die weinende Madonna kam in einem fernen Land namens Afrika zu mir. Ein getaufter Sarazene war ihr früherer Hüter. Jetzt klammert er wieder dasselbe. Wie ist es so? In Afrika. Dort scheint immer die Sonne. Und Wunder geschehen jeden Tag. Es ist ein Land großer Wüsten mit Feigenbäumen und Geschöpfen, von denen ein Engländer nicht einmal träumen könnte. Wie diese Pferde? Sind das Pferde? Mitnichten. Euch mögen sie wie Pferde erscheinen. Aber der Name, den die Afrikaner für diese Geschöpfe haben, ist unaussprechlich. Selbst für mich. Ich kannte weder ihre Kräfte noch ihr Ziel. Ihr sagtet, es gäbe Feigenbäume in Afrika. Was ist eine Feige? Es ist eine Frucht natürlich. Sie sieht aus wie eine Erdbeere und schmeckt wie eine Birne. Die Bibel erwähnt diese Feigen. Aber dort klingt es ganz anders. Woher kommt das? Zwei Äpfel können auch ganz unterschiedlich aussehen und schmecken. Bei Feigen ist es nicht anders. Ich glaube nicht, dass dieser Mann je in Afrika war. Aber warum sollt er lügen? Hm. Hm. Viele haben ihr Wunder bezeugt. Bevor mir die... Sie wollte nach Hause. Aber wohin? Jonathan. Sie wollen uns das Wunder zeigen. Guck mal. Ja, ja, seltsame Tiere. Sie sehen fast aus wie... Wurde es mir zu teilen. Nach Kingsbridge. Hohl. Fühlt sich an wie ein fellbedeckter Weiden. Ist es ja auch wahrscheinlich. Sprecht ihr unsere Sprache? Ah, nicht der Englisch. No compendare. No, 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 no. Hm. Oh. Was ist das? Ich glaube, ihr seid da gerade in Pferdeäpfel getreten. Was? Wo denn? Ihr versteht mich also nicht, ja? Nur ohne Boko. Si. Konntet ihr mit diesem Mann reden, Martha? Ja, merkwürdig. Vor einem Moment war er noch recht gesprächig. Er sagte mir, er sei aus Damaskus in Afrika. Liegt Damaskus nicht in Arabien? Wollte ich gerade sagen. Es gibt ja bestimmt auch eines in Afrika. Ah ja. Warum tut ihr so, als könntet ihr kein Englisch? Nicht der Englische. Oh, malade, malade. Brüder und Schwestern. Oh, ich bin so aufgeregt, ein echtes Wunder zu sehen. Hast du das gehört? Die Madonna hat uns auserwählt. Sie ist den ganzen Weg aus Afrika gekommen. Diesmal gab die Madonna selbst Antwort auf meine Fragen. Sie sagte, du sollst mir in Kingsbridge eine neue Kirche bauen. So zogen wir los mit dem Sieg von Erzbischof von Canterbury. Sagt mir die Wahrheit. Warum seid ihr hier? Wir sind Hüter der Jungfrau Maria, die Tränen vergießt. Der Erzbischof von Canterbury hat uns dazu bestimmt. Aber es war die Jungfrau Maria selbst, die uns auserwählte, als sie durch Europa zog. Ach ja? Wie ging das vor sich? Sie spricht ohne Worte. Hm. Hallo, kleiner Tommi. Übers Meer und bis nach Kingsbridge. Haben fromme Christen Geld für den Bau der Kirche der weinenden Madonna gespendet? Frag den Jungen, wieso er sich versteckt. Frag den Jungen nach seinen Namen. Frag den Jungen, ob er nicht das Wunder sehen will. Frag den Jungen, wieso er sich versteckt. Warum versteckst du dich? Die weinende Madonna hat euch auserwählt. Euch allen. Nach seinen Namen? Ich heiße Philipp. Wer bist du, kleiner Mann? Brüder und Schwestern, ich habe gehört, dass das Leben nicht gut zu Kingsbridge gewesen ist. Doch an Orten wie diesen, und in dunklen Zeiten wie diesen, erstrahlt Gottes Licht am hellsten. Und auf dem ganzen Weg von Paris durch die Normandie. Kann ich hier noch irgendwas sehen? Übers Meer und bis nach Kingsbridge. Haben fromme Christen Geld für den... Könnt ihr es spüren, Brüder und Schwestern? Ihr werdet nun Zeuge eines Wunders werden. Die Madonna weiß, wie ihr gelitten habt. Die jungfräuliche Mutter war Zeugen von Leben und Tod ihres Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Und nie hat sie ihren Glauben verloren. Kingsbridge hatte manche Unbild zu ertragen. Prior James hatte euch vor seiner Zeit verlassen, als ihr ihn am meisten brauchtet. Eure alte Kathedrale wurde ein Raub der Flammen. Woher weißt du das? Und eure neue Kirche ist eingestürzt, noch bevor der Bau vollendet war. Ihr habt die grausame Zerstörung eures Marktes. Eure Häuser und eures Lebens erfahren. Papa? Ihr alle habt ehegatten, Frauen und Kinder verloren. Familie und Freunde. Papa? 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 Was macht ihr hier mit diesen Leuten? Habt ihr gedacht, ich würde nicht merken, dass alles nur Theater ist? Eure Kamele sind Pferde? Eure Fremden sind Engländer mit falschem Akzent? Euer Schrein ist ein herausgeputzter alter Wagen? Und Reynolds ist ein Schwindler, der nichts als Lügen erzählt. Die Kamele waren ein bisschen zu viel, stimmt's? Mit der Madonna konnten wir Spenden sammeln. Für deine Präorei und für Kingsbridge. Ist das so? Wir können neu anfangen. Wir können die Kathedrale wieder aufbauen. Wo ist der Haken? Die Bauleitung wird bei mir liegen. Warum? Ich habe die Kathedralen, Kirchen und Häuser studiert, die man in Frankreich und Spanien baut. Ich habe gesehen, wie anders ihre Bauweise war. Mit neuen Formen, Farben und Ideen. Du hättest sie sehen sollen. Sie haben Rippengewölbe und Spitzbögen kombiniert. Das will ich auch. Das ist der Grund. Warum hier? Weil hier mein Zuhause ist. Verurteile ihre Lügen, betreffend, dass das Geld reicht. Die Leute aus der Stadt denken vielleicht, das sei genug, um eine ganze Kathedrale zu bauen. Aber für mich sieht es nach etwa 100 Pfund aus. Das reicht nicht einmal für ein Jahr Arbeit. Wie all dies ist es ein Symbol. Genug für einen neuen Anfang. Und unsere Madonna wird hier bleiben. Kingsbridge wird wieder Besucher und Spenden anziehen. Du meinst, ich sollte für diese Tricks und Lügen dankbar sein? Jack! Aliena! Ihr seid zurückgekommen! Wir wollten dich sehen, kleine Schwächte. Wie geht es dir? Oh, mir geht's gut. Aber seht euch an. Und den Kleinen. Tommy. Was ist mit den anderen? Alfred hat Kingsbridge verlassen. Richard besucht uns von Zeit zu Zeit. Und Ellen ist in den Wald zurückgekehrt. Wir müssen sie besuchen. Vater lebt jetzt bei ihr. Stimmt etwas nicht, Martha? Ich bin froh, dass ihr zurück seid. Ich auch. Sehr froh. Sie sieht aus, als weint sie gleich. Sie weint über das Leiden von Kingsbridge. Sie kennt euren Schmerz. Was ist da los? Das Wunder. Sie weint. Ihre Augen sind furcht. Oh! Seht! Ihre Augen! Sie glänzen! Sie kann ihre Tränen nicht mehr zurückhalten. Sie ist aus Holz. Das ist unmöglich. Warum weinst du? Sie ist stumm, seit ihr Mann gestorben ist. Die Madonna hat wie ich gelitten. Sie versteht es. Noch ein Wunder. Es scheint, durch ihren Glauben an all eure Lügen hat Mary ein Wunder gefunden. Wir können Kingsbridge nicht aus eigener Kraft wieder aufbauen. Wir machen keine Fortschritte. Wir treten nur auf der Stelle. Wir können uns keine Hilfskräfte leisten. Ohne Landwirtschaft und Märkte fallen wir in Prior James Zeiten zurück. Die ganzen letzten Monate war mein Rat gut genug für dich. Doch jetzt hast du deine Meinung anscheinend geändert. Schon wieder. Es ist Zeit, dass wir etwas tun, aufwachen und Kingsbridge zu dem machen, was es mal war. Wir haben es schon mal geschafft und schaffen es wieder. Ich bin nicht bereit, ein solches Risiko einzugehen. Weißt du nicht mehr, was letztes Mal geschehen ist? Oh, oh, wie leicht wir doch vergessen. Ich erinnere mich gut. Und trotzdem vertraust du einer Gruppe dahergelaufender Fremder, dass sie die Dinge besser machen werden. Philipp, warum in Gottes Namen hast du dabei gestanden und das zugelassen? Sie bringen die Menschen dazu, ihnen Geld für falsche Götzen zu geben. Sie geben uns Geld. Verurteile die Täuschung oder befürworte, dass Wunder kommen. Menschen brauchen Hoffnung. Und sie geben ihnen Hoffnung. Ja, es ist eine Täuschung. Aber mit guten Absichten. Mary spricht wieder. Ist das nicht ein echtes Wunder? Du hast dich einwickeln lassen. Und jetzt bist du mit Begeisterung Teil dieser Scharlatanerie. Ich warne dich. Ich kann keinem Prior folgen, der Ketzerei duldet. Dann geh doch. Deine Drohung wird mich nicht umstimmen. Wie unkonventionell ihre Rückkehr und ihr Geschenk auch sein mögen. Sie sind ein Segen. Du hast deine Entscheidung getroffen, Philipp von Gwyneth. Und ich treffe jetzt meine. Ich trete zurück. Ich verlasse die Priorität. Tschüss. Tür noch am Klinken. Leute, ich muss jetzt echt mal abspeichern. Das Eichhörnchen. Wir sind so stolz auf dich. Auf euch beide. Ist sie noch hier? Deine Frau, Agnes. Nein. Alan und Martha haben sie nach Kingsbridge überführt. Diesmal haben wir sie richtig bestattet. Kommst du auch mit uns zurück? Würdest du das wollen? Ja. Ich brauche deine Hilfe bei der Kathedrale. Philipp und ich haben große Pläne. Wir werden kommen. Alan, wir haben Jacks Familie gefunden. In Scherbuer. Er kam nicht aus Scherbuerg. Er kam aus Scherbuerg. Wirklich? Was sind das für Leute? Gute Menschen. Seine Großmutter sagte, Jack sieht genauso aus wie sein Vater. Das stimmt. Aber sie haben nie nach ihm gesucht oder gefragt. Sie dachten, er sei tot. Sein Schiff ist gesunken. Es war sein Traum, nach England zu reisen. Hast du je vom weißen Schiff gehört? Ähm, nein. Die Familie des Königs ertrank. Mein Vater war dabei. Er war der einzig Überlebende. Lange hat er nicht überlebt. Du sagtest mir, man hätte ihn beschuldigt, einen Kelch gestoßen. Die wollten ihn loswerden, um die Wahrheit zu vertuschen. Aber ich weiß, dass er unschuldig war. Ich hörte seine Geschichte und wollte wissen, wie er aussah. Er sagte mir seinen Namen. Ich verliebte mich. Ich half ihm zu fliehen. Aber am Ende fingen sie uns wieder ein. Was geschah dann? Sie haben ihn gehängt. Ich war dabei. Und du auch, Jack. Aber du warst noch nicht geboren. Er wurde zum Galgen geführt. Alle waren still. Es war, als ob die Leute ahnten, dass er kein Dieb war. Aber ich wusste es genau. Denn er hatte es mir gesagt. Er hatte solche Angst. Er wollte nicht sterben. Ich wollte nicht, dass er starb. Und ich betete. Dann hörte ich seine Stimme. Leise. Dann b policierter Gesang. Sing sweeter then than ever As if the falling melody Might wing and net dissever At dusk the hunter took his prey The lark his freedom never Nein, nein Du sagtest, drei Männer seien für den Tod meines Vaters verantwortlich Wer waren sie? Der Vogt von Shiring, Percy Hamley Prior James von Kingsbridge Und der Bischof Und Erzdiakon Walleran biggert Oh mein Gott Sie zeigten keine Gnade Und ich auch nicht Oh, yo Ich verfluche euch, euch alle Er wird wiederkehren und euch heimsuchen Eines Tages wird man euch für eure Tat richten Euer Haus soll vom Feuer verzehrt werden Euer Leben soll in Schmerz und Elend enden In Kram und Trauer sollt ihr alt werden Die haben ihn getötet, weil er Überlebender war und er hätte ja irgendwas ausplaudern können, deswegen Ihre Opfer werden zurückkommen und sie heimsuchen Oh Leute, ich muss Ende machen Ich habe es ihnen versprochen Jetzt kommen Ich kann nur leider nicht speichern, solange ich nicht diesen Bildschirm kriege, dass ich irgendwas anklicken kann Das ist gerade mein Problem Wir heißen unseren neuen Prior Remigius willkommen Ja, so leider doch da Er hat geholfen, die Gebeine des heiligen Adolphus aus der Hand der Diebe zu erretten Adolphus ruht jetzt sicher in dieser großen Kathedrale von Shiring Unser Baumeister Alfred hat mir zugesichert, dass der Bau in wenigen Jahren vollendet sein wird Und der Graf von Shiring hat gelobt, uns zu unterstützen Aber er tut das nicht nur für sich selbst Nein, der Graf denkt nicht nur an sich Seine Mutter, Lady Hamley, ist krank Mehr und mehr glaube ich, dass ganz England an einer Krankheit leidet Der Krankheit des Krieges, der Armut und vor allen Dingen des heidnischen Glaubens Ich habe zu Gott gebetet Ich habe ihn gebeten, ihn angepflegt, unter uns zu wandeln, uns zu heilen Aber Gott sprach zu mir Erst wenn diese große Kathedrale vollendet ist, wird er einen Tempel haben, darin zu wohnen Check! Check! Was machst du denn hier? Mein Vater stab durch eure Hand, Wallen! Sein Name war Jacques Cherbourg Wie kannst du es wagen, so mit dem Bischof zu reden? Genau hier ist er gestorben Wer seid ihr? Ich kenne den Mann Das ist der Bastard aus Kingsbridge Ach, er schon wieder Mein Vater Mann ist mein Ehemann Du! Ihr alle hört, was wir zu sagen haben Von nun an ist Kingsbridge geschützt Durch unsere Ritter Durch unsere Mauern Und das Wort des Königs Also was ihr auch tut Wir verteidigen unsere Stadt Den Markt und die Walkmühlen Und unsere Kathedrale Die wir wieder aufbauen Alle Bauleute sind eingeladen Zu kommen und für uns zu arbeiten Tja, lächerlich Wenn ihr auch nur einen Finger gegen uns rührt Bischof Werden wir dafür sorgen Dass ihr endlich für all das büßt Was ihr getan habt Äh, Ende jetzt Oder kann ich jetzt endlich speichern? Ah! Okay So, was haben wir getan? Du hast schon auf den Golfen Einen neuen Baum zu pflanzen Du hast deine erste Predigt Seit langer Zeit gehalten Du duldest das falsche Wunder Dass es den Menschen Hoffnung gibt Alina und Jack sind nach Kingsbridge Zurückgekehrt So, und ich muss jetzt Schluss machen Sag tschüss, bis zum nächsten Mal